hey chris ja was ist denn los schaffst du eigentlich einen trick auf dem fulli ich probiere es für sich aus überhaupt kein problem da bin ich jetzt mal gespannt schon mal paula ich denke mal das könnte gut kommen was machst du da mit deinem pulli her das war ja gerade hier oder so